Hallo Leute, heute Kräfte im gemeinsamen Punkt. Also ich habe hier eigentlich einen Punkt und an diesem Punkt greifen mehrere Kräfte an. Sagen wir mal, okay, hier greift die erste Kraft an, das ist F1, und die zweite Kraft greift im gleichen Punkt an, nur ein bisschen stärker. Was darf ich dann machen? Richtig, ich darf, weil ich in die gleiche Richtung zeige, den blauen Kraftpfeil und den grünen Kraftpfeil darf ich sozusagen addieren, also den blauen hier vorne dran, und dann komme ich auf einen resultierenden hier von ungefähr dieser Länge. Also sprich, ich baue mir hier den F1 hier vorne nochmal an den grünen zusammen und bekomme hier meinen F-resultierenden Kraftpfeil heraus. Ja, das ist der Fall, wenn Sie in die gleiche Richtung zeigen. Jetzt, wie sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt hier einen Punkt habe und diese Kraft F1 greift darauf und diese Kraft F2 greift dahin. Komplett anderer Winkel, andere Kraft. Wie sieht es da aus? Wie geht man da vor? Ja, gleiches Prinzip, man packt sich hier zum Beispiel hier den Pfeil F2 und baut ihn hier oben wieder hin. Also hier baut man ihn hin. Hier, das ist dann F2. Und dann kann ich wieder sagen, also einfach nur parallel hier raufschieben, dann habe ich hier einen resultierenden Pfeil, hier, zack, F resultieren. Und das hier ist mein neuer Kräftepfeil. Das kann ich entweder hier so zeichnerisch machen, dass ich hier genau mit Winkeln arbeite und der Länge sauber auf dem Papier auftrage und dann über den Maßstab hier das mache. Oder ich kann mir sowas auch berechnen, indem ich hier den Winkel zur X-Achse weiß. Okay, hier habe ich 50 Grad und dann hier so weiter und so fort. Kann ich über ein bisschen so Cosinussätze, Sinus- und Tangensgeschichten, kann ich hier ein bisschen rumrechnen und komme dann letztendlich hier auch auf meinen resultierenden Kräftepfeil. Ja, das war schon wieder mein Video zu Kräfte im gemeinsamen Punkt. Wie kann ich hier ein bisschen arbeiten? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Musik in 5 Minuten.